5 Runden, kurz wird flühen, boah, kurz wird meine Freunde, hoff ich hier schießt gegen Mero und andere Rapper, die 150 Millionen Klicks in der Vergangenheit hatten und jetzt nur noch 3 Millionen Klicks machen. Ja, hoff sie, du bist auf dem richtigen Weg, man. Da war wohl kein noch am Werk, man, aber mittlerweile hat Kai ja Urlaub. Oder den Leuten ist das, äh, Schwarzgeld ausgegangen, weil die neuesten Hits haben keine 150 Millionen mehr. Oder 100 Millionen, nein, die haben 3 bis 4 Millionen nur noch. Das ist der Beweis, dass ich langsam am Ende mit den Leuten, ha? Die machen hier nicht mehr auf, ja, wir sind Megastars, wir pumpen da so viel Geld dran, nein, das Geld ist alle und man sieht es an jeder Ecke, man. Ein Mero, der früher 150 Millionen Bilder oder wie der Scheißsong hieß oder Ballerlos, äh, hatte, macht jetzt nur 2, 3 Millionen Klicks, ist vorbei, man, ha? Wenn das Money ausgeht, ist der Fame und Erfolg auch weg, meine Freunde. Das sieht man an solchen Leuten, man. Einfach alles nur Fake. Okay, meine Freunde, das ist fast wie ein Fühlen-Boss. Abonnieren, bleibt nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.